Willkommen zurück zu Luigi's Mansion. Es geht langsam gegen Ende zu. Ich weiß nicht, ob wir schon beim letzten Part sind, aber es könnte sein. Okay, ich denke mal, es kommt alles nochmal zum Vorschein, ne? Ah, der Künstler. Mon ami! Du, in der Welle, siehst du das Leben in meiner Kreation? Oh, oui, oui, ich zeige dir die Meisterhaftigkeit meines Dingens. Ja, ja, ob das alles ist. Wo? Okay. Yo! Yo, Koide. So läuft's. Mann, ich will, ich will, ich will, ich will die Herzen einsammeln. Ah, das nehme ich dir übel. Ja, 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 ja. Oh, Mensch. Yo. Mann. Ihr habt echt einen Spass mit mir, oder? Kann das sein? Mann, ihr nervt. Aber echt, hey. Sieh, ja. Einer lacht immer. Fast immer. Kommt hier. Komm hier. Herzi, nein. Yo. Wow. Mann. Nur weil ich das Timing nicht mehr drauf habe. Ja, hallo. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Selbst schuld. Selbst schuld. Ich auch. Mann. Nerv nicht. Okay. Tja. Jetzt aber. Jetzt noch die. Mann. Das erzählt das nicht. Hallo. Jetzt aber. Ich hasse es sich das Timing. Das ist nicht immer so funktionieren, wie man will. Ja, toll. Lock mich doch. Ach. Ach. Ha, ha, ha. Fies. Fies. Fies, fies, fies. 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 Fast, 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 fast. Mann, ist gut. So. So. Meine Rache ist grausam. Mann. Ist doch wahr. Jetzt aber. Geht doch. Okay. Oh, die Nervensecke. Die Nervensecke. Zum Glück nur drei. Nein. Hallo. Ich habe alle anvisiert. Es gibt Dinge, die mich nerven. Und das ist. Eines der vielen davon. Von. Gut. Fair. Fair. Knapp. Ein Herz, ein Herz, ein Herz. Jo. Jo. Und dein Herz nehme ich mir auch. Sind das die Herzen von D? Man weiß es nicht. Okay. Jetzt sollten die Einfacheren kommen. Weh. Hallo. Ich habe alle anvisiert. Meine Fresse. Ja, veräpple mich doch noch mehr. Jetzt. Immerhin. Das ging mal besser. Das ging auch schon mal besser. Sogar in diesem Let's Play. Das ist jetzt was fiesig. Mensch. Glaub ich es ja nicht. Flutsch. Flutsch. Hey, mein, nein. Lass mal länger draufhalten. Ich weiß es nicht mehr so genau. Scheint so. Scheint so. Okay. Ist es einer. Drei. Immer drei. Alle drei zusammen. Oh, jetzt geht's. Jetzt habe ich Glück. Ja, toll. Darf ich jetzt? So. Ja, ist gut. Ihr seid so fassbacken. Ja, hallo. Geht's jetzt überhaupt nicht mehr? Ich glaube, jetzt spinnt's. Ich mach doch. Also jetzt spinnt's. Jetzt spinnt's. Jetzt spinnt's aber. Gut. Einer muss er weg. Dann noch einer. Ja. Hallo. Du noch. Dann geht's ja doch noch. Aber manchmal ist es Zufall. Kann das sein? Sollte aber nicht. Ha. Ich hab ihn. Anvisiert gehabt. Mann. Nervt mich nicht. Ah. Hä? Jetzt ist es gar nicht mehr gegangen. So langsam nervt mich das. Echt. Jetzt geht's aber wieder. So. Und noch die letzten. Auf denen ich irgendwie am meisten wenigsten was hab. Sind aber ziemlich schwer zu. Fassen. Ja, ja. Kann das sein, dass das. Die Rolle spielt? So. So. Ah. Ha. 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 Fies. 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 Ich sag dir Fies. Ah Mann. Lecomio, du. Hey, hab ihn gehabt. Ich hab ihn gehabt. Ich glaub ich bin zu schnell. Ich bin zu schnell. Mann. Hä? Es geht doch ganz schnell. Muss das irgendwie gehen. Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Mensch, Maia. Mann. Das nervt mich wie Sau. Ich saug, ich saug, ich saug. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Leck mich bald mal am. Ist doch wahr. Ich hasse es auch nicht. Sowas. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Die, die. Blub, blub. Blub, blub. Gut. Wenstens labern nicht in die Bomben rein. Okay. Ich mach's mal so. Jetzt ist einfach alles nix. Sag mir, wie das soll. Gehen soll. Mach's jetzt mal so. Jetzt. Gut. Noch einer. Noch einer. Dem soll es nicht liegen. Nein. Nein. Come on. Mensch. Mensch. Jetzt aber! Ist das Zufall oder was? Ich weiss es nicht. Meine ehrlichen Werke! Selbst wenn ich verbleiche, will mein Werk andauern! Uiui! Ruhe! Der Nächte! C'est pas! Gunst ist unsterblich! Ja, ich kann auch Französisch. Gut, für das muss man es erkennen. Haha! Nami! Was heißt hier nur eines meiner Werk ist noch vor anderen? Das ist völlig unmöglich! Es ist doch Eiland! Oh, frem doch nicht! So, ich erlöse dich! So, 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 ja, ja, ja! Ah, toll! Nein! Oh, kein Energieverlust! Kein Energieverlust! Das ist Nude! Hallo! Hey, ja, das geht nicht! Oh! Auf die Züge hört! Einfach zu, was er schreit! Ha! Geht doch! So wird also ein Gemälde! Ein Schlüssel! Ja, pass! Schlüssel, oder? An der Seite! Jahu! Okay! Schwer genug war es, ja! Am Herzen gehe ich noch speichern! Wolltet ihr das sehen wie? Ja komm! Weit ist es ja nicht! Ja! War ein schönes Let's Play, ne? Oh, das ist ja noch nicht vorbei! Weiss ja nicht wie schwer! Nein! Nein! Das ist nicht der letzte! Hä? Moment! Da! Ich muss eh ganz nach unten! Ich muss eh ganz nach unten! Also ins Foyer! Muss ich! Dann nehmen wir uns Zeit! Nicht alle Zeit, denn... Es gibt eine Abkürzung! Genau! Uh! Und die Abkürzung heisst Spiegel! Hallo Spiegel! Wursch! Ja, ja! Toadie! Komm! Sicherheitshalber! Ich will nicht den ganz Schmadder nochmal machen! Gut! Dann heisst es wohl... Dingens! Runter! In den Keller! Äh! Da ja! Pah! Okay! Ich hoffe meine TV-Karte macht das noch mit! Weil meine Speicherkapazität lassen... Weisst du was? Ich mach das kurz so! So! So sollte alles wieder reibungslos laufen! Damit uns nichts... ...mehr... ...vom Bosskampf abhält! Ausser hier ein bisschen ein wenig Energie! Aber das haben wir schon wieder bald gelöst! Gut! Nicht komplett! Ach komm! So schwer will der Boss auch nicht werden! Und sonst... ...hab ich halt Pech gehabt! Ist doch der Boss oder? Klar! Ja! Jetzt haben wir die absolute... Ja komm! Leck mich! Sollte uns nichts mehr passieren! So! Das sollte klappen! Hä? Geh weg! Meine Handschuhe! Bla bla bla! Ich darf das durch! Oder nicht? Dass ich alle... Dass ich hier alle... Dingens? Was? Was? Nein! Ah! Shit! Glaub ich ja nicht! Ja! Man musste wirklich... ...die 40 Baus zusammen haben! König Baus hat es ja eigentlich gesagt! Wir 5! Aber naja! Ich war im Keller hier! Und zuoberst... ...wo ich sie verschmäht habe! Also sollte es jetzt... Gehen! Zum Boss! Zum Boss gehen! Und es geht! Jo! Hat ja nur eine halbe Stunde getan, bis ich sie zusammen hatte! Mario, ich komme! Schöner Tür hinauf! Okay! Wir haben einen Hühner zu rupfen! Ah! Stelle lang könnte ich mein wunderschönes Mario-Gemälde anschauen! Es ist wahr, was man über anspruchsvolle Kunst sagt! Man braucht ein feingeistiges Wesen, um sie wertzuschätzen! Dieser hilflose Ausdruck in deinem Gesicht, Mario, der macht mich so zufrieden! Mag sein, dass meine bisherigen Erlebnisse mit dir ein wenig zu dieser Sichtweise beitragen! Mal ganz ehrlich, wer ist schon so blöd und glaub, will denn einfach so verlost werden? Dass sie verlost werden! Und was hat man euch Mario-Brüder bloß in die Suppe getan? Folter dies! Eine ordentliche Portion Leifgläubigkeit! Was? Mein Bruder, dein Bruder, hat einen ganzen Weg hierher zurückgelegt, um in einem Bild freig zu werden! Das ist wirklich großartig! Wie dem auch sei! Dieses Mario-Gemälde hängt so alleine da! Ich brauche unbedingt noch ein Luigi-Porträt! Danach ist meine Galerie komplett! Ich lach mich schreckig! Ha, 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 ha! Vor dir habe ich keine Angst, Zuppen-Kasper! Höchstens vor dem Schreckweg-Achsechzentel, den du auf deinem Rücken trägst! Eine echt dämliche Erfindung! Aber ich bin der König der Puhus! Ich schwöre, niemals werde ich gegenüber einem ordinären Haushaltsgerät klein beigeben! Außerdem, wirklich abscheulich, wie du Wurp, Schleif, Surr, Schleud, Schlitt, Schwupps mäßig meine ganzen tollen Freunde aufgesaugt hast! Und glaub ja nicht, dass ich davon sause! Ich werde mich dir entgegenstellen, wie es einem wahren Puhu angemessen ist! Komm, und leiste meinem Bruder Gesellschaft! Auf diesem Bild, außer auf seinen... MEINEM BRUDER! Luigi's Bruder! Yo! Okay! Bowser? Was machst du hier? Bowser! Hallo! We meet us again! We meet us again! Let the fight begin! Let the fight begin! Okay! Woah, 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 woah! Chia! Mark knows her! Huh? Bowser? Was ist denn mit dir los? Feuerspeilen kann er schonmal! Aber irgendwie stimmt was nicht! Ja, ja! Mach mir nix aus! Ich dachte schon, ich müsste ihm gar nix an den Hut werfen! BAM! Und der Kopf fliegt! Und der Kopf fliegt! Und der fliegt raus! Und der fliegt raus! Yeah, 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 yeah! Yeah, 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 yeah! 400 Punkte, ja! Jetzt! Gut! Jedesmal 100! Dann schaffen wir's ja! Ja, ja! Bowser! Das wird klein! Uuuuuh! No! Nomnom! Ich bin ja kein Nomnom! Gut, hat weniger gemacht! Also ich dachte, okay, Luigi, wir müssen mal ein bisschen Abstand halten! Wird ihr gut tun! Komm her! Bowling! Ja, ja! Ist gut! So! Friss das! Ich bele! Ich bin noch nicht best! Das ist das Beste an so Geschichten! Lass mich bloß in Ruhe, du! Nein! Shit! Halt! Zurück! Lass mich! Ja, das ist mir egal, wenn du da... Ja, ja! Komm her! Ein bisschen! Saug dich doch auf! Hallo! Dumpa ab! Warte noch hinten! Ja! Ich könnte sagen, dass da Herzen sind! Das war ein Herz! Boah! Okay! Friss das! Nein! Nein! Tolle Wurst! Ja! 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 Komm! Schande! Das machen wir noch mal! Ja! 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 So! Ja! Ich habe noch alle Bauhaus und ich muss noch ein bisschen Energie tanken, aber das mache ich gleich mal so. Schwupp, nix. Schwupp, nix. Gibt's ja nicht. Mario, wo bist du? Ja, ja. Oh, Mensch. Glaub's ja nicht. T-t-t-t-t-t. T-t-t-t-t t-t. Und so. Energie, komm. Da ist immer Energie. Komm, hin! Das heißt nix. Dann muss uns Kill her. Und zwar echtes. Hallo, ich habe doch das aufgesaugt, oder nicht? Scheinbar nicht. Wenn es jetzt auch nicht geht, dann schneide ich es. Aber ich denke, es geht. Ja, ja. So. So, so, so. Äh, bitte nicht hängen bleiben. Tja. Weng, 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 weng. Nun mach hin, eh. Danke. Ja, 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 das kennen wir. Wir kennen es, wir kennen es, wir kennen es. Ja, 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 ja. Jo, ho, ja, ja, sie schön, jo, jo. Sprich dich aus, ich bin ganz ohr. Ja, wie immer macht man das. Wie Parfoua, gut, reimt sich nicht so, aber was soll's. So, jetzt, aber, hm, 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 so. Ja. Oh, das ist immer. Ja. Wie, muss man es kochen? Ja. 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 BAM! Man, so kann man Haare wachsen lassen, ne? So, jetzt! Komm, Luigi! Mach die nicht ins Hemd. Buchsi bleibt trocken. Und es geht los. Ja, ja. Komm her! Ich saug hier alles auf! Hallo! Ja! Mann! Nein! Du zündest mich nicht die Bombe an hier! Du bist so ein Spielverderber! Schnell du! Komm schon! Hier bin ich! Mann! Das ging auch mal einfacher! Ist gut! Ja! Das sieht so schwul aus, wenn ich das mache! Da! Dope! Komm! Mach! Mann! Wieso mache ich das jetzt nicht mehr! Du hast ne falsche Reihenfolge! Weisst du das? Ach! Scheibenkleiste! Ja! Jetzt saugt er wieder! Du nervst! Du nervst! You nerfing me! So! Jetzt aber! Tent! Jo! Nein! Nicht mich! Das ist fies! Na, gib doch! So! So wird das nix! So wird das nix! So wird das nix! So wird das nix! Dass so weitergeht! Ich bin gar nicht gut dran! Mann! Suck! Sauwein! Leck mich doch fett! Ich schneid's! So jetzt komm! Ja ja! Schmeiss was du hast! Skill! Ich muss jetzt Skill beweisen! Jo! Nein! Ja! So! Ja! Gut! So viel zum Thema! Skill! Meine Fresse! Vergiss es! Ja! Ha! Ich hab doch! Leckobier! So! Aber echt jetzt! Ich muss voll konzentrieren jetzt! Es ist schwerer als ich mir's getäumt habe! Ha! Nein! Ja! Ist gut! Gut! Ist nicht schön so! Ich bin irgendwie nicht mehr in der Übung! Ja! Überrenn mich doch! Komm schon! Herz! 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 Ja! Immerhin! 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 Komm schon! König! Du! Würdest du das bitte mal nehmen! Endlich mal! Donε! Blime hoch! Woll蔽 Igllok! Blime hoch! Blime hoch! Blime hoch! Ok, 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 ok. Ja, ja, komm, weiter, 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 weiter. Bang! Komm, komm, komm! Vergiss es! Ja, 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 schon fast die Hälfte. Ziemlich die Hälfte. Schaut nicht schlecht aus. Puh! Und bang! Wat?! Hat das noch nicht gezählt? Scheint so. Komm jetzt! Schmeiß! Jo, jo, jo. Jetzt! Aber! Ja! Ja, gut. Das ist zur Verkraftung. Hallo! Wird es doch bitte auf den Buhu ziehen? Immerhin! Mehr als die Hälfte abgezogen. Immerhin, immerhin. Tja! Jetzt ist er gut. Jetzt ist er gut. Tja, ja, das kann schon mal passieren. Öp, öp, öp! Ver... ...giss es! Oder auch nicht. Ha! Tolle Wurst! Ich seh nichts. Ich seh nichts! Ich seh irgendwas! Ich seh irgendwas! Ich seh irgendwas. Mach was Gescheites. Aber nicht sowas! Nein! Hä! Okay, ich muss jetzt wohl wirklich ihm an vorne Seite preschen. Das ist wieder ein Deutsch. Mann, lauf dich zu schwul. Ha! Mann! Leck mich! Ich geh hier hinten durch. Siehst mich nicht, siehst mich nicht. Er bin es. Wer gieß es? Wer gieß es? Komm, komm, komm. Naja. Willst du bitte auf den Zielen? Danke. Komm, 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 komm. Yes! Yes! Besiegt! Juhu! Das hat gedauert, meine Freunde. Mehr als 100 Millionen Anläufe. Nein, Quatsch. Aber da, ich hatte mehr mir, als ich mir hätte träumen lassen. Warum, weiss ich auch nicht. So. Luigi, ja, der alte Meldung meldet sich auch wieder. Ah, komm schon. Luigi, du hast es geschafft. Das ist wirklich aussergewöhnlich, mein Junge. Und zwar stammt der Schreckweg 18, das ist meine Entwicklung, aber du hast dich bis ganz nach oben durchgekämpft, mein Kleiner. Du hast mich so stolz gemacht. Jetzt treuert sich verdammt nochmal zusammen, Gid. Wie bitte? Erst hast du König Buhu gefunden? Und dann ist er in ein Porträt von Bowser hineingesprungen? Sagst du? Sogar mit Feuer der Nacht hier gespuckt? Heiliger Bim Bam, in all den Jahren meiner Geisterforschung ist mir noch nie eine so fabulose Geschichte an meine Ohren gedungen. Ja, komm, red nicht so geschwollen. Und du musst bedenken, dass sich diese Karriere über 60 Jahre erstreckt. Nun, ich erinnere mich noch gut an meine Anfänge. Als junger Spung brachte mich bereits der Gedankengeist im Zittern zum Zittern. Oh, entschuldige bitte, mir sausen so viele Dinge von damals wie heute durch den morschen Schädel. Ich könnte eine ganze Woche damit verbringen, Geistergeschichten zu erzählen. Nun, es bleibt noch eine Sache zu erledigen. Ganz genau. Ja gut, Luigi, schnapp dir das Porträt eines Bruders und bring es mir zu mir ins Labor. Der arme kleine Rack ist eingeschlafen. Er muss von lauter Erleichtung und Erschöpfung zusammengebrochen sein, als er dich ankommend sah. Ja, ich kümmere mich mal darum, die Maschine stattklar zu machen, damit wir dein Bruder wieder in seine ursprüngliche Form bringen. Einverstanden? Ich erwarte euch beide. Ja, ja. So, Mario, bald siehst du wieder raus. Wie vorher. Tja, jetzt hast du ein Passbild, ne? Und er rennt. Gott, ey. Das ist ja der Hammer, du hast ihn noch eine einzige Nacht alles erledigt. Gut gemacht, Luigi. Ja, in einem Part. Nee, Quatsch. Die von Booze errichtete Wille ist im Dunkeln der Nacht verschwunden, doch der Schatz ist offensichtlich zurückgeblieben. Ich brauche solches Zeugs nicht. Es behaltet von mir aus. Mach damit, was du willst. Sag bloß, du hast genug vom Geld einsammeln. Dann kümmen wir uns mal darum, einen Bruder zu retten. Selbstverständlich ist mit deinem Bruder lieber ein Teuer, doch wir müssen uns dann davor noch um die letzten Geister kümmern. Ja, ja, siehst du das? Gut. Ha. So, dann habe ich den Dähnein gesaugt. So, doch nur der Boo. Ist ja Nintendo-Logik, ne? Also gut. Tch. Logisch. Geister sind so und wir müssen so machen, damit sie so sind. Flatsch. Aha. Ja, wir gehen dann ganz zum Schluss noch in die Galerie. Wenn ihr noch zuschauen wollt. Ja, ganz schön viel gemacht. Ja, ja. Ich würde mein Gesamtes haben und gut darauf verwetten, dass keiner aus mir solche gespenstisch schönen Bilder besitzt. Hihihihi. Ja, ja. Komischer Zausel. Also, wen haben wir so? Onkel Bitterlich. Varsili. Vincent van Geist. Aufziehsoldaten. Herr Alpenträumer. Und König Buhu. Genau. Gut. Boah. Wir haben schon was zusammengekommen hier. T-t-t-t-t-t-t-t-t. So. Über eine Million G. G-Kräfte. Und Speichern natürlich. So. Guess? Genau. Ja. ... Falter, we mix the sound here... Mario? BAH! Oh, wie ist er freut? Foltertis. Foltertis. Meine Güte. So. Nächste Abenteuer kann wohl beginnen. Ja. So, ich denke mal, das Halloween Special war sehr gelungen. Hat sehr Spass gemacht. Ist kürzer geworden, das Spiel, als ich es mir in Erinnerung hatte. Aber macht nichts. Wir hatten viel Spass. Ja, alle hier großen Geister nochmal zu sehen. Also mehr oder weniger die grossen. Tja. Was gibt es da noch zu sagen? War toll. War schön. War so eine gelungene Mischung aus Grusel-Abenteuer und Mario-Abenteuer. Und ich finde es gut, dass quasi zum Launch durch das Gamecube mit, also nicht zum Launch, aber doch zum Anfang, ein Abenteuer kam mit Luigi. Und nicht nur einfach Luigi statt Mario ein Jump'n'Run, sondern wirklich hier mal was anderes. Ich bin Fan von Luigi. Es ist zum Glück nicht ein misslungenes Spiel oder Programm wie Mario is Missing, das ich auch nicht kenne in dem Sinne. Ist auch was ganz anderes. Aber ja. Es freut mich auch, dass von Nintendo 64 bis zu Mario Kart 7 die erste Strecke immer die Luigi Strecke hieß. Es hat sich bei Mario Kart 8 nun wieder geendet. Da ist sie wie die Mario Strecke die erste. Warum auch immer. Aber naja. Ich finde Luigi hat jeden jede Ehre verdient. Er... Ja. Also wer mehr über Luigi erfahren möchte, Zeit drauf nehmen. Es gibt noch keinen Smash Bros Brawl Part mit Luigi. Den nehme ich demnächst mal auf. Und da erzähle ich euch, was ich über Luigi weiss. Also gut. Tja, so änderte er also diese Sache mit den Geistern. Professor Igitt war völlig aus dem Häuschen, dass er seine Gemälde zurückgehalten hatte. Mit Luigis wertvollen Fundsachen finanzierte er immer ein eigenes Errichtetes Dingsbumshaus. Luigis neue Villa. Ja. Beurteide, ja du mir auch. Hat was von... Vario, ne? Irgendwie. Naja. Schön. Okay. Ja, ich glaub's. Ja, ich glaub's. 54.745.000 G. Okay. Aber jetzt wollte ich noch kurz in die... Galerie. Tja. Hier. In die... Ja, wir können zu versteckten Villa. Und das ist die ganze Villa nochmal spiegelverkehrt. Aber das wollen wir jetzt nicht. Wir gehen mal hier lang. Wir gehen mal hier lang. So, hier seht ihr alles nochmal. Die neue Villa. Hier seht ihr alle Geister nochmal mit Zahlen, Stadt, Namen, warum auch immer. Aber... Naja. Oder? Es hinkt all drin. Nur mit Zahlen. Ja, ja. Nur mit Zahlen. Und im grossen Raum natürlich... Der Boss. König Buhu. Mit seiner Bowser-Maryonette. Oder... Kostüm. Hier ist nix drin. Da auch nix. Und hier? Auch nix. Ja, und... Hier ist der Rest der Sippe. Gut. Hier passiert nichts besonderes. Also die Flügel schlagen von den Statuen. Okay. War ein schönes Let's Play. Hat mich sehr gefreut, das zu machen. Und hat Spass gemacht. Ich hoffe, ihr euch auch. Es folgen bald weitere epische Meisterwerke. Wir sehen uns in einem der anderen Videos. Bitte abonnieren, wenn ihr noch nicht habt. Daumen hoch zur Unterstützung. Sehr wichtig. Falls ihr angemeldet seid. Kostet ja nix. Alles. Bis denne. Danke fürs Zuschauen. Bis denne... Also... Ja, äh... Bis zu einem... In einem anderen Video, meine ich. Wir sehen uns. Habt weiteren Spass, bitteschön. Tschüss. 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 Tschüss.